www.penguinaudiobook.com Gute Nacht S'il te plaît Bitte Je vous en prie Gern geschehen Oui Ja Ja Non Nein Nein Bon Gut Gut Mauvais Schlecht Schlecht Ravi de vous rencontrer Schön, dich kennen zu lernen Schön, dich kennen zu lernen D'où viens-tu? Woher kommst du? Woher kommst du? Que fais-tu? Wie geht's? Wie geht's? Quel est votre numéro de téléphone? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Merci beaucoup Merci beaucoup Vielen Dank Vielen Dank Je suis désolé Es tut mir leid Es tut mir leid Das klingt gut Das klingt gut Das klingt gut Je ne comprends pas Ich verstehe nicht Ich verstehe nicht Pourriez-vous répéter cela S'il vous plaît? Könntest du das bitte wiederholen? Könntest du das bitte wiederholen? Pouvez-vous m'aider? Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Combien ça coûte? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Comment puis-je t'aider? Womit kann ich ihnen behilflich sein? Womit kann ich ihnen behilflich sein? S'il te plait appelle moi Bitte ruf mich an Bitte ruf mich an PenguinAudiabook.com 2. Fait attention Vorsichtig sein Vorsichtig sein Vorsichtig sein Ne t'inquiète pas Mach dir keine Sorge Mach dir keine Sorge Mach dir keine Sorge Idée Hilfe 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 Comment ça va? Wie geht es ihnen? Wie geht es ihnen? Je ne peux pas t'entendre Ich kann dich nicht hören Ich kann dich nicht hören Je n'aime pas ça Ich mag es nicht Ich mag es nicht Si vous avez besoin de mon aide, faites le moi savoir Wenn sie meine Hilfe benötigen, lassen sie es mich wissen Wenn sie meine Hilfe benötigen, lassen sie es mich wissen Je vous aime Ich liebe dich Ich liebe dich Je suis heureux Ich bin froh Ich bin froh Je suis très occupé Je n'ai pas le temps maintenant Ich bin sehr beschäftigt Ich habe jetzt keine Zeit Ich bin sehr beschäftigt Ich bin sehr beschäftigt Ich habe jetzt keine Zeit Je pense que c'est très bien Ich denke, es ist sehr gut Ich denke, es ist sehr gut Juste un moment Einen Augenblick Einen Augenblick Einen Augenblick Einen Augenblick Bien sûr Natürlich 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 A plus tard Bis später Bis später Bis später Merci pour tout Danke für alles Danke für alles C'est très important Dies ist sehr wichtig Dies ist sehr wichtig Je veux Ich will Ich will Je ne veux pas Ich will nicht Ich will nicht O Wo Wo Où se trouve Wo ist Wo ist Wo ist Où sind Le Toilette Wo ist Die Toilette Wo ist Die Toilette Combien Wie viel Wie viel Combien Ça coûte Ou Combien Ça coûte Wie viel kostet Es Wie viel kostet Es Penguin Audiobook Dotcom 3 A quelle heure Um Wie viel Uhr Um Wie viel Uhr Tu Sie Haben Sie haben Tu Avez-vous Haben Sie Haben Sie Je comprends Ich verstehe Ich verstehe Je ne comprends pas Ich verstehe nicht Ich verstehe nicht Comprenez-vous Verstehen Sie Verstehen Sie Il est Es ist Es ist Es Ist es Ist es Ist es Où est La gare Wo ist der Bahnhof Wo ist der Bahnhof Wo ist der Bahnhof Où sont Les Toilettes S'il vous plaît Wo sind Die Toiletten Bitte Wo sind Die Toiletten Bitte A la gare S'il vous plaît Zum Bahnhof Bitte Zum Bahnhof Bitte Zum Flughafen Bitte Zum Flughafen Bitte Je voudrais Ich möchte Ich möchte Je voudrais un Taxi Ich möchte ein Taxi Ich möchte ein Taxi Je m'appelle Anders Mein Name ist Anders Mein Name ist Anders Wie heißen Sie Mein Name ist Anders Wie heißen Sie Mein Name ist Maria Mein Name ist Maria Mein Name ist Maria Votre nom de famille Dein Familienname Dein Familienname Quel est ton métier Was machen Sie beruflich Was machen Sie beruflich Was machen Sie beruflich Je suis Fotograf Ich bin ein Fotograf Ich bin ein Fotograf Qu'est-ce que tu étudies Was studierst du Was studierst du Was studierst du J'étudie l'anglais Ich studiere Englisch Ich studiere Englisch Où habites-tu Wo wohnst du Wo wohnst du Quel est ton nom Wie heißen Sie Wie heißen Sie Penguinodierbook.com 4. Je viens d'Upsala Mais j'habite a Stockholm Ich komme aus Upsala Aber ich lebe in Stockholm Ich komme aus Upsala Aber ich lebe in Stockholm Quelle est votre profession Was machen Sie beruflich Was machen Sie beruflich Je suis chauffeur de bus Ich bin Busfahrer Ich bin Busfahrer Qu'est-ce que tu étudies Was studierst du Was studierst du J'étudie le Suédois et l'anglais Ich studiere Schwedisch Und Englisch Ich studiere Schwedisch Und Englisch Merci et au revoir Danke und auf Wiedersehen Danke und auf Wiedersehen Au revoir Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Quel temps fait-il Wie ist das Wetter Wie ist das Wetter Que voudriez vous manger Was möchten Sie essen Was möchten Sie essen Merci beaucoup Danke vielmals Danke vielmals Danke vielmals Je vous remercie Danke dir Danke dir Danke dir Hotel Bellman, bonjour Hotel Bellman, guten Morgen Hotel Bellman, guten Morgen Bonjour, vous avez une chambre vacante Guten Morgen, haben Sie ein freies Zimmer? Guten Morgen, haben Sie ein freies Zimmer? Pour une personne Für eine Person Für eine Person Für eine Person Oui, pour une Person Ja, für eine Person Ja, für eine Person Ja, für eine Person Für aujourd'hui Für heute Für heute Non, pour demain Nein, für morgen Nein, für morgen Pour une nuit Für eine Nacht Für eine Nacht Für eine Nacht Non, pour six Nuits Nein, für sechs Nächte Nein, für sechs Nächte Oui, nous avons une chambre vacante Ja, wir haben ein freies Zimmer Ja, wir haben ein freies Zimmer Oh, c'est génial Combien ça coûte? Oh, das ist toll Wie viel kostet das? Oh, das ist toll Wie viel kostet das? 100 Euro par nuit 100 Euro pro Nacht 100 Euro pro Nacht Que voudriez-vous manger? Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? penguinaudiobook.com Penguinaudiobook.com 5 Une grande bière blonde et de l'eau, s'il vous plaît, après le repas Ein großes Lager und Wasser Bitte Nach dem Essen Ein großes Lager und Wasser Bitte Nach dem Essen Puis-je payer? Kann ich bezahlen? Kann ich bezahlen? Certainement Ce sera 18 Euro Sicherlich Das sind 18 Euro Sicherlich Das sind 18 Euro Merci Le Train a du retard, malheureusement Vielen Dank Der Zug hat leider Verspätung Vielen Dank Der Zug hat leider Verspätung Oui, il y a un match de football à Madrid Ja, es ist ein Fußballspiel in Madrid Ja, es ist ein Fußballspiel in Madrid Oui, j'y vais aussi Quand le train arrivera-t-il? Ja, da gehe ich auch hin Wann kommt der Zug? Ja, da gehe ich auch hin Wann kommt der Zug? Dans une demi-heure Quand commence le match? In einer halben Stunde Wann beginnt das Spiel? In einer halben Stunde Wann beginnt das Spiel? Je voudrais un billet pour voyager Ich möchte eine Fahrkarte Ich möchte eine Fahrkarte Ich möchte eine Fahrkarte Un billet pour Eine Fahrkarte nach Eine Fahrkarte nach Le Train pour Madrid Der Zug nach Madrid Der Zug nach Madrid Le Train de Madrid Der Zug von Madrid Der Zug von Madrid Der Zug von Madrid Le Train de 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 Madrid Seconde Klasse. Zweiter Klasse. Zweiter Klasse. Un aller simple. Eine einfache Fahrkarte. Eine einfache Fahrkarte. Un billet aller-retour. Eine Rückfahrkarte. Eine Rückfahrkarte. Non fumeur, non fumeur. Nichtraucher. Nichtraucher. A quelle heure par le train? Um wieviel Uhr fährt der Zug? Um wieviel Uhr fährt der Zug? A quelle heure arrive le train? Um wieviel Uhr kommt der Zug an? Um wieviel Uhr kommt der Zug an? Où est le bus pour Munich? Wo ist der bus nach München? Wo ist der bus nach München? Quel numéro? Welche Nummer? Welche Nummer? Quel siège? Welcher Platz? Welcher Platz? penguinaudiobook.com 6, l'horaire, l'horaire. Der Fahrplan. Der Fahrplan. Le premier train. Der erste Zug. Der erste Zug. Le deuxième train. Der zweite Zug. Der zweite Zug. Le prochain train. Der nächste Zug. Der nächste Zug. L'argent. Le dernier train. Der letzte Zug. Der letzte Zug. L'argent. Das Geld. Das Geld. La bank. La bank. La bank. Die bank. Die bank. Où est la bank? Wo ist die bank? Wo ist die bank? Le bureau de change. Die wechselstube. Die wechselstube. Je voudrais changer de l'argent. Ich möchte etwas Geld wechseln. Ich möchte etwas Geld wechseln. Achter. Kaufen. Kaufen. Je voudrais acheter des euros. Ich möchte Euro kaufen. Ich möchte Euro kaufen. Le taux de change. Der wechselkurs. Der wechselkurs. Quel est le taux de change? Comment est le taux de change? Wie ist der wechselkurs? Wie ist der wechselkurs? Je voudrais une meilleure chambre. Ich möchte ein besseres Zimmer. Ich möchte ein besseres Zimmer. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Combien ça coûte? Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Très cher. Sehr teuer. Sehr teuer. C'est trop cher. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Avez-vous une chambre moins chère? Haben Sie ein billigeres Zimmer? Haben Sie ein billigeres Zimmer? Avez-vous la clé? Haben Sie den Schlüssel? Haben Sie den Schlüssel? Ça marche. Es funktioniert. Es funktioniert. Ça ne marche pas. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Penguin-Audiobook.com Penguin-Audiobook.com A droite. A droite. Nach rechts. Nach rechts. A gauche. Nach links. Nach links. Tourne à droite. Ou, allez-vous vers la droite? Gehen Sie nach rechts. Gehen Sie nach rechts. Tourne à gauche. Gehen Sie nach links. Gehen Sie nach links. Gehen Sie nach links. Tout droit. Geradeaus. Geradeaus. Le coin. Die Ecke. Die Ecke. Au coin de la rue. Um die Ecke. Um die Ecke. La rue. Die Straße. Die Straße. Le côté. Die Seite. Die Seite. L'autre côté. L'autre côté. Die andere Seite. Die andere Seite. L'autre côté de la rue. Die andere Straßenseite. Die andere Straßenseite. Le bout de la rue. Das Ende der Straße. Das Ende der Straße. Jusqu'à la banque. Bis zur Bank. Bis zur Bank. Jusqu'au coin. Bis zur Ecke. Bis zur Ecke. Jusqu'au bout de la rue. Bis zum Ende der Straße. Bis zum Ende der Straße. Pour combien de personnes? Für wie viele Personen? Für wie viele Personen? Je voudrais une table pour deux. Ich möchte einen Tisch für zwei. Ich möchte einen Tisch für zwei. Je voudrais ce tableau. Ich möchte diesen Tisch. Ich möchte diesen Tisch. Je voudrais celui-là là-bas. Ich möchte den dort drüben. Ich möchte den dort drüben. Un autre tableau. Un autre tableau. Einen anderen Tisch. Einen anderen Tisch. Avez-vous une autre tableau? Haben Sie einen anderen Tisch? Haben Sie einen anderen Tisch? La fenêtre. Das Fenster. Das Fenster. Prêt de la fenêtre, ou, dans la proximité de la fenêtre? In der Nähe vom Fenster. In der Nähe vom Fenster. Penguin Audiobook dot com. Inklue. Inbegriffen. Inbegriffen. Le service est-il inclus? Ist die Bedienung inbegriffen? Ist die Bedienung inbegriffen? Je voudrais payer, s'il vous plaît. Ich möchte bezahlen, bitte. Ich möchte bezahlen, bitte. Deux cafés, s'il vous plaît. Zwei cafés, bitte. Zwei cafés, bitte. Souhaitez-vous un dessert? Möchten Sie einen Nachtisch? Möchten Sie einen Nachtisch? Combien ça coûte? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Je voudrais quelque chose de moins cher. Ich möchte etwas billigeres. Ich möchte etwas billigeres. Je voudrais quelque chose comme ça. Ich möchte so etwas wie dieses. Ich möchte so etwas wie dieses. Je cherche. Ich suche. Ich suche. Non pas comme ça. Nein, nicht so. Nein, nicht so. Merci beaucoup. Vielen Dank. Vielen Dank. Je vous en prie. Bitte. Bitte. Cette année. Dieses Jahr. Dieses Jahr. L'année prochaine. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. L'année dernière. Voriges Jahr, letztes Jahr. Voriges Jahr, letztes Jahr. Dans deux jours. In zwei Tagen. In zwei Tagen. Dans deux jours. Innerhalb von zwei Tagen. Innerhalb von zwei Tagen. Innerhalb von zwei Tagen. Il y a deux jours. Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Deux fois. Zweimal. Zweimal. Trois fois. Dreimal. Dreimal. Encore une fois. Noch ein Mal. Noch ein Mal. Encore. Wieder. Wieder. Attends. Pünktlich. Pünktlich. Penguin-Audiabook.com Neuf. Quelle est l'heure tardive? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Huit'heure. Acht Uhr. Acht Uhr. Il est une heure. Es ist ein Uhr. Es ist ein Uhr. Il est huit'heure. Es ist acht Uhr. Es ist acht Uhr. Huit'heure et quart. Viertel nach acht. Viertel nach acht. Huit'heure et quinze minutes. Acht Stunden und fünfzehn Minuten. Acht Stunden und fünfzehn Minuten. Huit'heure et demi. Neuf'heure et demi. Halb neun. Halb neun. Neuf'heure moins le quart. Viertel vor neun. Viertel vor neun. Huit'heure et cinquante minutes. Acht' Uhr fünfzig. Acht' Uhr fünfzig. Neuf'heure moins dix. Zehn vor neun. Zehn vor neun. Huit'heure du matin. Acht' Uhr morgens. Acht' Uhr früh. Acht' Uhr morgens. Acht' Uhr früh. Quatre heures de l'après-midi. Vier Uhr nachmittags. Vier Uhr nachmittags. Huit'heure du soir. Acht' Uhr abends. Acht' Uhr abends. Qui. Wer. Wer. Quess. Wer ist es? Wer ist es? Quel. Was. Was. Qu'est-ce que c'est? Was ist es? Was ist es? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Was ist das? Was ist das? Qu'est-ce que c'est là-bas? Was ist das dort drüben? Was ist das dort drüben? Qu'est-ce que vous avez dit? Wie bitte? Wie bitte? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous étiez en train de dire quoi. Was sagten Sie? Was sagten Sie? Quand. Wann. Wann? Quand par le train. Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? www.enguin-audiabook.com 10. Lequel. Welcher, welche, welches? Welcher, welche, welches? Quel bus serien, hamburg? Welcher bus fährt nach Hamburg? Welcher bus fährt nach Hamburg? Pourquoi? Warum? Pourquoi pas? Warum nicht? Warum nicht? Wie? Wie? Comment ça va? Comment ça va? Wie geht's? Comment ça va? Wie geht es Ihnen? Combien? Wie viel? Combien de? Wie viele? Combien de Kilometre? Wie viele Kilometer? Wie viele Kilometer? A quelle Distance? Wie weit? Wie weit? Wie tu? Wollen Sie? Wollen Sie? Woudriez-vous? Möchten Sie? Möchten Sie? Wönt-tu de l'eau? Willst du? Willst du? Voulez-vous boire de l'eau? Möchtest du? Möchtest du? Je parle allemand. Ich spreche Deutsch. Je ne parle pas Espanol. Ich spreche nicht Spanisch. Ich spreche nicht Spanisch. Parles-tu Espanol? Sprechen Sie Spanisch. Sprechen Sie Spanisch. Un peu. Ein bisschen, ein wenig. Ein bisschen, ein wenig. D'ici à là-bas. Von hier nach dort. Von hier nach dort. A la station de train. Am Bahnhof. Am Bahnhof. Sur la plateforme. Auf dem Bahnsteig. Auf dem Bahnsteig. Im Zug. Dans le train. Im Zug. Im Zug. Im Zug. Im Zug.